Wie ich es halt nicht treffe, hätte ich ausweichen müssen. Oh ey, ohne Mist, so schlecht. Das ist eine meiner schlechtesten Vorstellungen jetzt hier, die Session bisher seit, weiß ich nicht, 10, 20 Folgen oder so. Glaube ich. So, jetzt haben wir weg. Meine Fresse, muss doch nicht sein. Krass. Ich bin aber auch nervig teilweise. So, jetzt, komm. Wie halten wir zweimal zu, Howard, ey? Halt dran. So, jetzt. So, jetzt. Okay, das war schon besser. Jetzt kommen wir diese komischen Gargoyle fiese. Guck mal, da geht es hier auch lang, ne? Nein. Nicht hier. Können wir nicht öffnen. Okay. Na dann. Weiter. Ich will meine, ich will die helle Bade wieder haben, ey. Ganz ehrlich, Leute. Das war besser. War besser. Das sind aber auch nervig. Ich will die helle Bade. Ist ja hin. Ich will die helle Bade. Ich will die helle Bade. Das ist ja hin. Ah, jetzt stirb doch mal bitte. Au. Ey, das könnte ich mir jetzt nicht erzählen. So, das Down. Das war knapp gewesen. Haltrank. Ich hätte ihn... Ah, ey. Haltrank. Ey, es läuft total. So, können wir den mal backstabben? Geht leider nicht. Ach, komm schon. So, jetzt können wir vielleicht mal runterhauen. Komm mal. Ja. Ah, das läuft jetzt nicht unbedingt besser als davor. Also, wir haben genauso viel Leben. Steht denn hier? Pass auf, Zangenangriff. Okay. Na, komm. Kann man den wieder ein bisschen ranlocken, zufällig. Oh, nein. Das kommen wieder beide. Okay, der eine ist runtergefallen. Das ist mir sehr angenehm. Mit dem wir so machen jetzt. Okay, der ist auch runtergefallen. Das ist super. So, jetzt schießen die gleich wieder auf uns. Hier war ja nichts mehr, ne? Okay, also schnell hochrennen. Ah, hier bleiben die stecken, oder was? Ich weiß es nicht. Das ist aber auch übel hier. Okay, hier ist unsere Seele. Erstmal aufheben. So, jetzt schnell hier nach rechts einfach. Keine Ahnung. Nein, ey! Ich wollte ihn gerade wegschubsen. Also, gerade wegtreten, ey. Boah! Ey, das ist doch zum Kotzen, Leute. Das ist doch zum Kotzen. Ich hätte wahrscheinlich einen noch mal zuschlagen müssen. Ich hätte nur zuschlagen müssen. Aber ich wollte halt zutreten in dem Moment gerade. Oder mit dem Schild vielleicht so machen. Ich weiß es nicht. Boah, ist das ärgerlich, ey. Ist das ärgerlich. Hoffentlich geht es dann überhaupt weiter von der Stelle. Meine Fresse, Alter. Meine Fresse. Was für... Das ist wieder so eine Folge, wo irgendwie, weiß ich nicht. Man kommt halt nicht voran und so. Das Ding ist aber, ich kann halt sowas auch nicht irgendwie wegschneiden oder so. Ich meine, wie gesagt, das habe ich auch jetzt wahrscheinlich zum 30.000. Mal oder so. Äh, das gehört halt zum Spiel. Dementsprechend... Ja. Aber vielleicht komme ich jetzt gleich mal ein bisschen besser durch. Vielleicht können wir ja sogar... Müssen wir an den linken Ritter gar nicht umhauen. Ich weiß es nicht. Alter Schwede. Alter Schwede. Wie ist mich ein FDL. Das sind jetzt auch schon wieder irgendwie 15.000 Seelenpunkte oder so, die da rumliegen. Das ist fast ein Level, glaube ich. Würde ich nur ungern verlieren. Mann, 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 Mann. So, gucken wir mal. Ah, wenn die ein bisschen schneller laufen würden. Das wäre so angenehm. Wie ich halt dann auch nicht treffe. Oh, so. Oh nein, jetzt kommt der andere schon. Kann der dann nicht hochschießen irgendwie. Ey, das ist kacke. Das ist einfach nur kacke. Ey, Alter. Wenn ich jetzt hier sterbe, würde ich schon ziemlich sauer werden. Okay, ich muss mit Feuerwehren arbeiten. Also jetzt vielleicht mal. Komm mal hin. Komm. Okay, sehr gut. Krass, 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 krass. Ich gehe schnell weg. Heilen. So, jetzt komm. Meine Fresse, Alter. Stirb doch mal, bitte. So, jetzt aber. Ich will die Hele-Barde haben. Ich will unbedingt die Hele-Barde haben. Komm her. Jetzt kann man runterstoßen. Nein. Das gibt es doch nicht. Jetzt. Jetzt. So, schnell zu dem hin. So, schnell zu dem hin. Da sind jedes Mal so 5.000 Seelenpunkte, die man macht auf dem Weg dahin. Und so, die wieder. So, die wieder. Ja, ich komme mal ein bisschen näher. Ich kann dann hoffen, dass wieder einer runterfällt oder so. Das wäre angenehm. Sehr gut. Nein! Der ist ja nicht runtergefallen. Doch jetzt aber. Das war schlecht. Ich mache einen Heidrang. Okay, das war besser. Haben wir mindestens einen Heidrang mehr übrig als davor. So, dann auf ein neues. Was steht denn hier? Guck mal. Naja, irgendwie schon. Tilt. So schnell. Schnell hoch. So gut. So schlimm. Sehr gut. Zieh schnell um die Ecke. So. Heidrang. Glück. Juhu, ein Nebel. Okay, dachte ich mir fast schon wieder, dass da so ein Nebel ist, der verschwindet. Mal fünf Heiltrinker, das ist immerhin. Das würde mich jetzt mal interessieren. Geht nicht. Kann den Leiter nicht berühren. Schade. Pass auf, Leuchtfeuer. Wirklich? Wie cool ist das denn bitte? Wir haben sogar genug Menschlichkeit für die Estracons. Die Estracons, sag ich schon, für die Estos-Flakons. Ich halte es nicht aus. Das ist aber richtig nice mit dem Leuchtfeuer hier. Nutzen wir natürlich. Das Leuchtfeuer wurde entzündet. So. Ja, müssen sie ja, Ausfüllung umkehren müssen wir erstmal machen, ne? Ja, was Ausfüllung umkehren. Und fachen. Okay, nice. So, jetzt machen wir mal schnell noch das Level. Einmal können wir, glaube ich, noch skillen. Was ist das hier eigentlich für einer? Okay, machen wir dann gleich. Äh, hallo? Hallo? Kann ich das jetzt nicht mehr benutzen, das Feuer? Das meint jetzt nicht ganz so, oder? Quatschen wir erstmal mit dem, keine Ahnung. Oh, da bist du. Du hast heute noch kalt gewesen. Schnelles Summoning da draußen. Wenn du meine brillant schweizenden Signaturen sehen möchtest, schau nicht auf mich auf mich. Du hast mich mit ziemlich einer Impression gelernt. Ich würde dir eine Chance helfen, dir zu helfen. Okay, also wenn irgendwo auf dem Boden dann was ist, kann man den herbeibeschwören, wenn man seine Signatur sehen. Okay. Kann ich mich jetzt bitte wieder hinsetzen? Oh, ist das jetzt ein Bug oder so, oder? Das ist doch nicht aus, das Leuchtfeuer. Ich kann das ja nicht mal anwählen. Rufssymbol berühren. Äh. Warum, Leute, kann ich das Bild des Leuchtfeuer nicht benutzen? Äh, das sind alles andere, Leute. Wie heißt denn der Typ eigentlich? Okay, was ist denn das jetzt hier für ein scheiß Bug, Leute? Weil ich würde gerne leveln. Ich gehe mal kurz aus dem Spiel raus. Schauen wir mal, ob wir mal wieder reingehen, ob es dann geht. Aber es ist ja erstmal gut zu wissen, dass wir jetzt hier, äh, ja, ein Leuchtfeuer haben. Hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell kommt. Sieht ihr, da war das gar nicht so schumm gewesen, dass mir da die Heiltränke gefehlt haben. Ähm, hätten nur an diesen komischen Bogenschützen oder Armbrustschützen, weiß gar nicht mehr, was das genau waren, vorbeikommen müssen. Natürlich ärgerlich, dass wir davor da zweimal drin gestorben sind, aber, na gut, lässt sich jetzt nicht ändern. So, und jetzt hoffe ich natürlich, dass wir uns da jetzt hinsetzen können. Alles andere wäre super gay. Alles klar. Okay. Ja, Konditionen sollte ich nicht mehr. Wird jetzt Scherke gehen? Hört doch ein bisschen unsere Füße sich... Jetzt ist es wie aus, oder was? Was ist denn das für eine Scheiße? Kann mir das mal jemand erklären, worum das geht und manchmal nicht geht? Eben ging's noch. Muss ich halt schnell machen. Keine Ahnung, was da los ist. Ja. Ja, los. Ich will weiter spielen. Wir wissen, was da sonst alles erwartet. Ich nehme jetzt auch gerade ziemlich viel hintereinander auf, was Daxos angeht, aber es liegt einfach nur daran, dass das Spiel wirklich... Also, desto mehr es Spiele... Das ist wirklich so eine Hassliebe, das Spiel. Kann bestimmt der ein oder andere nachvollziehen. So, jetzt aber schnell Skillen hier. Achtung. Aufsteigen. Stärke. Annehmen. Ja. Hätt mal. So, 17.000 Promos für das nächste Mal. Wir machen jetzt auch ein bisschen mehr Schaden mit unserer Waffe wahrscheinlich. Was macht man eigentlich? Wie viel Schaden momentan? 232. Okay. Können wir zwei Hand machen? Huch. Können wir zwei Hand machen? Jetzt ist es wie aus, das Feuer. Ganz komisch. Können wir mal in die Kommentare schreiben, woran das liegt. Okay, ändert sich jetzt nichts. Na egal. Okay. Komm, weiter. So, da haben wir einen Gegner. Aber wir haben jetzt nicht viel zu verlieren. Komm mal her. Huch. Jetzt aber. Kinken wir. 1000. Nein, davon würde ich gerne mehr machen. Ja, sorry Leute. Ich gehe da echt nur mal sicher mittlerweile. Nachvollziehbar. Sonnig mit der Eier. Drei Stück. Okay. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Versuch's mit Okkult. Also von diesen Rittern hätte ich gerne mehr als Gegner. So nacheinander. Ah, cool. Das ist der nächste. Okay. Okay. Okay, das war nicht so gut. Jetzt kriege ich gerade keinen Backstep mehr hin. Ich würde gerne einen Backstep hinbekommen. Jetzt aber. Schon wieder nicht. Jetzt aber. Plus 1000 bringen die. Nice. Nochmal Haltank. Kommt schon der nächste. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Oh, das klingt da gefährlich. Oh, da scheint es tief runter zu gehen. Na, gucken wir mal. Ah, hier ist wahrscheinlich nichts. Das sind zwei Dinge. Pass auf Schatz. Pass auf scheinbare Wand. Oh, okay. Wo ist hier ein Schatz? Na egal. Damit ihr alles so trümmert. Oh, okay dann. Das ist's. Bis zum nächsten Mal.